Ah, hoi liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Gepp und ich heiße euch herzlich willkommen zum nächsten Teil von Fails, Fails 21, heute nur Johannes Fockenhuber kandidiert für die Europawahl 2019 in Österreich. Ich habe das Ganze damals gesehen und dachte mir, holle an die Weife, warte lieber bis zum Ende, ja, wie geht denn das Ganze aus und dann habe ich vergessen, jetzt habe ich wieder dran gedacht, wie lustig das eigentlich ist oder wenn man involviert ist, unangenehm das eigentlich ist und zwar hat er hier das erste Interview mit Armen Wolf gegeben, dann habe ich ihn erst mal so richtig wahrgenommen, der war neun Jahre weg, Armen Wolf, er hat Politikwissenschaften studiert, ist ein Moderator der Zeit im Bild 2, also der Nachrichtensendung in Österreich und hat sehr viele Auszeichnungen bekommen, weil er einfach gute Hintergründe kennt und sehr gut nachfahren kann oder wenn ein Politiker einfach mal spontan sagt, das und das hat er gemacht, nur das war nicht so. Und bei diesem Interview dachte ich mir, hey, was zur Hölle geht, also wie, ich habe mir wirklich gedacht, wie kann ein Mensch so in einen Wahlkampf gehen und wir versuchen das heute ein bisschen rauszufinden, ja, was einen Menschen bewegen kann, so etwas zu machen. Jetzt müssen wir die Grundsachen klären, ja. Wer ist Johannes Volkenhuber in Österreich? Gibt es die linkeste Partei, das sind die Grünen und Johannes Volkenhuber und Peter Pilz haben die mitgegründet, das ist die linke Partei in Österreich. So, vor längerer Zeit ist Volkenhuber ausgestiegen und dann auch Peter Pilz. Peter Pilz ist ausgestiegen, hat gegenkandidiert quasi und hat eine eigene Partei gegründet, die Liste jetzt und hat mit dieser Partei die Grünen aus dem Parlament geworfen. Okay, dann kam Ilze und die Regierung wurde gesprengt und die Grünen kamen mit dem besten Ergebnis überhaupt wieder zurück. Aber in dieser Zeit war ein Peter Pilz da mit der Liste jetzt. Was wollte Peter Pilz? Er hatte das Alleinstellungsmerkmal, es war klar, er ist in der Opposition, ja, keiner braucht ihn, um eine Regierung zu gründen, er ist gerade mal reingekommen, aber er überprüft die Reichen und Mächtigen, er wird gucken, dass da kein Blödsinn passiert, weil immer was los ist, dann wird er gleich sagen, hey, ich sehe mir das an, das hat er auch getan, ja, teilweise vielleicht zu viel für die Leute, aber das hat er schon ordentlich gemacht, dass er immer, wenn irgendwas war, aufgezeigt hat und gesagt, da passt das nicht. Allerdings gab es kaum, war er im Parlament drinnen, sofort sexuelle Vorwürfe gegen ihn, ja, und damit hat er dann gesagt, okay, dann tritt er einen Schritt zurück, stellt andere Leute vor. Jetzt ist er ausgetreten und da ist eben niemand dahinter, ja, niemand, den man kennt. Jetzt hat man hier immer wieder versucht, Leute hinzustellen, die aber keiner kannte und damit konnte diese Partei nur scheitern, nach der schnellen Wiederwahl war die dann weg. Es brauchte Peter Pilz jemanden für die EU-Wahl, ja, und Fockenhofer hat sich nach neun Jahren gedacht, ja, gehen wir zurück in die Politik, da habe ich es vielleicht gut verdient, keine Ahnung, oder da war ich mal wichtig. Und den zweiten Satz können wir uns schon mal so ein bisschen merken, da war ich wichtig, als es in der Politik war. Das könnte sein, dass das eine leichte Motivation von Herrn Johannes Fockenhofer war. Ibiza hat die Wahl gesprengt, okay, danach war es sowieso egal, aber, okay, Fockenhofer tritt hier für die Liste jetzt an, sagt aber, ich gehöre nicht zu denen. Ich will nicht zu denen gehören, ich tritt nur für die an. Pilz hatte das Alleinstellungsmerkmal, dass sich die Mächtigen kontrolliert. Fockenhofer hat einfach die Liste der Grünen, also die Liste, die Ziele der Grünen, die hat er damals mitverhandelt, also sich mitüberlegt bei der Begründung, und gesagt, ja, okay, das hat damals funktioniert, ich nehme halt die Ziele, pass ein bisschen an und fertig. Okay, das ist kein Alleinstellungsmerkmal bei der anderen Partei. Die gibt es ja tatsächlich. Frage nach den anderen Parteiprogrammen, wo man sagt, hey, liebe Fockenhofer, ja, sie haben ja dasselbe, sagt er, nee, die anderen kenne ich gar nicht zum Beispiel. Später sagt er mal, die kennen er nicht. Wo ich mich frage, sollen Politiker nicht alle Parteiprogramme kennen, um zu sagen, hey, wo habe ich ein Leinstellungsmerkmal, ja, wo überschneidet es sich mit anderen, weil genau da werde ich gegen die anderen kämpfen müssen, ja, aber er hat das unterschiedliche Aussagen getroffen, aber es tatsächlich nie erklärt. Später sagt er dann irgendwann mal so, ja, das ist eh die gleiche Liste, wie damals ich den Grünen gegeben habe. Er hat einen Wahlkampf mit unglaublicher Arroganz geführt, ja, ich habe den gesehen und dachte mir, wow, wie unsympathisch kann Mensch sein und ich glaube, der hat Charisma, der ist so sicher sympathisch, ja, aber mit dem, was er sagt und wie er auftritt, ist es einfach ein episches Versagen, also ein epic Fade. Ich weiß nicht, wie man so in ein Interview reingehen kann. Er hatte ein katastrophales Ergebnis, also er ist wirklich mit Bauken und Trompeten durchgefahren, es hat überhaupt nicht funktioniert. Wo ich mir noch gedacht habe, mit der Arroganz hätte es vielleicht ein bisschen weiter gehen sollen, aber ich bin froh, wenn es einem Menschen zeigt, dass es so nicht geht. Jetzt, warum könntest du so ein Interview führen und da muss man sagen, gerade als so einzelne Person, nicht kleine Person, aber als kleine Partei und einzelne Person, musst du irgendwie darauf achten, dass du in den Medien bist. Du musst irgendwas tun, dass die Leute über dich berichten, sonst weiß keiner mehr, nach neun Jahren kennt den keiner mehr, da weiß keiner, dass der kandidiert und vielleicht hat er da gedacht, ich mache so ein aggressives Interview, aber ich glaube, er hatte tatsächlich andere Grundideen. Zuerst kommt ein Bericht über Fockenhofer und da wird gelobt, das wird generell so gemacht, danach kommt ein hartes Interview, bei einem Interview möchte ich wissen, wo sind die Punkte, die mir der nicht von selbst verrät. Am Anfang kommt ein Bericht und da wird gesagt, das und das hat er toll gemacht, der hat damals die Grünen mitbegründet und ist dann ausgestiegen und jetzt ist er eben wieder da. Aber beim Interview brauche ich nicht das, was dieser Mann ohnehin immer wieder anpreist, weil die guten Punkte, die bringt ja jeder Politiker, sonst wäre er nicht an der Stelle, an der er ist, sondern ich möchte als jemand, der will, dass ich ihn will, dann finde ich, habe ich das Recht darauf, dass er mir zu wichtigen Punkten seinen Standpunkt sagt. Und dafür gibt es zum Beispiel so ein Interview. Aber das haben nicht alle begriffen. So, und wir fangen an mit Zitat 1. Herr Fockenhofer, ich möchte Ihnen zwei Zitate von Ihnen vorlesen nach Ihrem Abgang bei den Grünen vor genau zehn Jahren. Zitat 1. Ich habe immer klar gesagt, dass ich nicht gegen die Grünen kandidieren werde, keine andere Liste gründe oder für eine andere Partei antrete. So, wie einfach könnte man hier rauskommen und zwar nett und sagen, okay, das war damals tatsächlich, das habe ich so gefühlt, das wollte ich nicht machen. Inzwischen hat sich die Situation geändert und ich fühle mich hier wirklich wieder berufen, zurückzukommen und nun doch zu kandidieren. Okay. Zitat 2. Ich habe keine politischen Ambitionen mehr, ich beschwöre es. Was sind Ihre Schwöre wert? Ich weiß nicht, welchen Widerspruch Sie konstruieren wollen. Ich habe keine politischen Ambitionen mehr. Das hat für die Wahl des 2009 gegolten. Also nein, es hat nicht für die Wahl 2009 gegolten. Wenn ich sage, ich kandidiere nicht gegen euch und ich habe keine politischen Ambitionen mehr, heißt das, ich habe keine politischen Ambitionen mehr. Wenn ich dem Richter was verspreche, dann sage ich auch nicht, ich mache das nicht mehr und denke mir, bis ich zur Tür rausgehe und dann schon, sondern ich mache das nicht mehr. Das ist unendlich, das begrenzt das Ganze nicht. Ist ja egal. Da kommt man so leicht raus, sagt, okay, das habe ich damals wirklich so und so gedacht, gemeint, das waren meine Gefühle und jetzt hat es sich eben geändert. Das kann ja sein, aber ich muss den doch nicht anpflaumen, dass er mich darüber befragt. Das war doch klar, dass er darüber eine Frage stellt. Wenn ich austrete aus der Politik, will ich, werde nie wieder zurückkommen. Ich werde nicht zurückkommen, ich habe keine Ambitionen mehr und dann wieder zurückkomme, dann wollen die Leute, dass man das kurz erklärt, oder? Also das kann ja nicht so schwer sein, wenn er nicht mal das schafft und dann fahrt er hier mit einer Aggressivität von dergleichen rein. Ich weiß nicht, was sie da für Widersprüche, naja, der Widerspruch ist offensichtlich. Ich glaube, 99,9% der anderen Menschen sehen das auch so. Also eine kurze, nette Stellungnahme, aber na, das war's nicht. Da hätte ich mit einer Gegenkandidatur wahrscheinlich die Grünen aus dem Parlament geworfen. Und nun will er die Grünen aus dem EU-Parlament werfen, also er macht gerade nichts netteres und man sieht schon so, ja weiß ich nicht, ob er das damals geschafft hat. Ja, er schmückt sich jetzt mit Lorbeeren, die eigentlich Peter Pilz verdient hat, weil der hat das geschafft. Ja, und das war vor neun Jahren, okay, vor neun Jahren hätte er eventuell, was er aber nicht getan hat und was wir nie herausfinden werden, mag sein, auf jeden Fall, versucht er das jetzt. Aber das ist natürlich kein Lebensschwur und ich weiß gar nicht, wie sie auf so etwas kommen. Ich glaube, Armin Wolf ist nicht der Einzige, der auf so etwas kommt, ganz ehrlich mal gesagt. Und hey, wenn man so gar keine Ahnung hat, wie andere Menschen so etwas sehen, die mich wählen sollen, dann soll man es mit der Politik vielleicht lassen. Also wenn ich so eine einfache Frage nicht beantworten könnte, hey, sie haben Abschiedskonzert gegeben, ihre Band ist schon wieder da, warum, ja, okay, wir hatten wieder Lust, dann muss ich nicht den Moderator angehen. Die Grünen, von denen Sie berichten, gibt es ja kaum mehr. Also ich weiß nicht, welche Loyalitäten Sie hier konstruieren wollen. Armin Wolf will hier gar keine Loyalitäten konstruieren, sondern er will sagen, hey, Sie sind jetzt gegen diese andere Partei. Also machen Sie eine Stellungnahme, was sind Ihre Ziele? Also Sie kandidieren hier mit quasi den gleichen Zielen. Es geht hier nicht um Loyalität, sondern es geht darum, Sie waren bei den Grünen, sagen, okay, damals hätte ich es rauswerfen können und so unterschwellig so, und jetzt schaffe ich es vielleicht, denkt er sich zumindest. Das ist zehn Jahre her, zehn Jahre, ich kandidiere, das passive Wahlrecht habe ich noch, glaube ich. Es ist einfach unglaublich arrogant, ja, das passive Wahlrecht habe ich noch. Jetzt geht dieses Interview schon richtig lange, Sie können es euch auf YouTube ganz ansehen. Jetzt geht es schon richtig lange und er schafft es, keine Stellungnahme zu bringen, warum er zurückgekommen ist und Armin Wolf reitet dann eh nicht länger als nötig drauf hin, sondern Fockenhuber tut das. So jetzt, let's go on, aber irgendwie funktioniert das nicht. Eindringlich, sie davor gewarnt, in den Niedergang vorausgesagt, er ist eingetreten. Also, Fockenhuber hat den Grünen vor zehn Jahren ungefähr eindringlich, also hat sie eindringlich gewarnt und hat ihnen den Niedergang vorausgesagt vor zehn Jahren. Inzwischen gab es so viele Wahlen, es gab unterschiedliche Bundessprecher, unterschiedliche Vorsätze, es hat sich so viel geändert, ein Quatsch hat er vorausgesagt, ja, dass es mal irgendwann sein kann, dass die Grünen rausfallen, im Endeffekt sind sie rausgefallen und kurz darauf mit dem besten Ergeben ist zurückgekommen, also, ey, als Prophet macht er sich nicht gut, aber es zeigt schon, er lebt noch im Damals, ja, also, das, was er jetzt gemacht hätte, hätte er damals machen sollen, dann hätte es wahrscheinlich besser funktioniert, aber er will hier anknüpfen und weiß einfach nicht, dass hier Zeit dazwischen vergangen ist. Ich weiß nicht, was Sie jetzt nach zehn Jahren von mir in dieser Beziehung noch wollen. Also, was er hier sagt, ist, ich weiß nicht, warum Sie mir Fragen stellen. Ich komme hier zu diesem Interview, ich habe keine Ahnung, warum Sie mich hier nicht bewundern, ja, ich war damals cool, ich war ziemlich cool, jetzt bin ich zurück und jetzt stellen Sie mir so unangenehme Fragen, wie kann denn das sein, also, das ist ja weltfremd, hier zu sagen, ich weiß nicht, was Sie hier wollen, aber was will er denn, was könnte hier armen Wolff wollen, eine Aussage, was zur Hölle machen Sie hier und warum kandidieren Sie hier, es kann ja nicht so schwer sein, diese Frage zu beantworten. Ich saß da vor dem Fernsehen und dachte mir echt, hey, was geht mit dem, was geht mit dem Typen, ich meine, wen will er denn, wer ihn wählt, wer soll denn den wählen, wenn er nicht mal weiß, selbst weiß, warum er da ist und jede Frage ausreicht. Haken Sie nicht einfach für die Liste jetzt an, wäre das nicht ehrlicher gegenüber den Wählern? Ich weiß nicht, was Sie immer mit moralischen Kategorien haben, das sind politische Überlegungen. Er ist durchgefallen wie nur irgendwas, also politische Überlegungen waren es nicht. Ich bin mir sicher, er wollte sich nicht seinen Parteikollegen unterordnen, was nicht so seinen ehemaligen Mitbegründer, was nicht so katastrophal gewesen wäre, der musste eh schon einen Schritt zurücktreten wegen sexuellen Vorwürfen, dann sage ich halt, okay, ich rock die EU, aber er ist vorher nie bei jetzt irgendwie aufgetreten und danach auch nie mehr bei Liste jetzt und jetzt will er da nicht sagen, ich gehöre dazu, weil er braucht halt irgendeine Grundlage, dann geht er da dazu. Natürlich wäre es in einer politischen Überlegung, Milliarden mal besser gemeinsam aufzutreten, als zu sagen, naja, ich komme eigentlich nur deswegen, ansonsten ist mir die Liste egal, weil genau das zeigt ja damit, wenn er da nicht dazugehört. Also eine politische Überlegung war es nicht. Ich weiß nicht, warum Sie mir diese Frage stellen, quasi haben wir hier wieder mal und kann noch nicht mal sagen, warum er in der Partei ist, in der oder nicht mal ist, aber für diese Partei kandidiert, er kann nicht mal sagen, warum er, wie sich das konstruiert. Und ich habe schon Initiativen gegründet, die weniger Zeit hatten. Sie waren Parteischüfte Grünen. So ist die Bürgerliste Salzburg entstanden, so sind die Vereinigten Bürgerinitiativen entstanden, so entsteht eine Bürgerinitiativen, das hat nichts mit Parteidenken zu tun. Gut, die Vereinigten Grünen und die Bürgerliste in Salzburg haben sie nicht mit Unterstützung einer anderen Parlamentspartei gegründet. Das finde ich zum Todlachen ist natürlich blöd, wenn man Wolf so einen Quatsch an den Kopf wirft. Sie haben jetzt hier eine sehr kleine Partei, zu der sie nicht mal dazugehören, das ist einfach was anderes. Also irgend so etwas zu gründen mit der doch eher gestärkten linken Partei von Österreich oder jemand, der jetzt das einmal alleine reingewählt wurde, gerade mal mit der Stimme durchgekommen ist, zu der Partei ich noch gar nicht gehöre und jetzt mich da irgendwo dranhänge, das ist nicht dasselbe lieber Fockenhofer, das ist was komplett anderes, ich finde der Wolfs Wortgewand halt so, ja, wie ist denn schon, oder, das eigentlich anders war. Ja, also das ist natürlich dumm, wenn man dann weiterredet oder dann einfach so viel Quatsch von sich gibt. Und die Frage war, warum gehört er nicht zur Partei und kandidiert einfach frei dafür und er schafft es nicht, das zu beantworten. Jetzt kandidieren Sie gegen Ihre ehemalige Partei, aber was unterscheidet Sie eigentlich inhaltlich von den Grünen? Also erstens einmal, kandidiere ich nicht gegen die Grünen. Natürlich. Ich glaube es heute in der Bretagne, nein, ich kandidiere. Man kandidiert immer gegen andere, ja, es geht ja darum, wer gewählt wird und wer Stimmen bekommt und dafür mehr Einfluss hat, also, äh, 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 also das ist auch ein Auswischerei, Wortklauberei, ja, das kannst du sich irgendwie so wortwörtlich vertreten, aber es geht, geht ja eigentlich um was anderes, ja, warum haben Sie das gleiche Programm wie die Grünen, ja, Sie kandidieren nicht zu sagen, ich habe hier ein Leinstellungsmerkmal, sondern ich mache genau dasselbe, alles aber nur kleiner, wie soll denn das funktionieren? Und dann, äh, das ist so, als würde ich sagen, ja, aber puh, ich habe mich in den Zehennagel eingerissen, das ist ziemlich unangenehm, das interessiert keinen gegen oder irgendwas, warum hast du das gleiche Parteiprogramm, damit kandidierst du natürlich dagegen, ja, also, äh, du kannst ja nur Wähler von denen bekommen, du wirst nicht Wähler von den Rechten bekommen, du wirst nicht Wähler von einer rechten Partei bekommen, die plötzlich sagen, weil du da bist, nicht sagen kannst, warum du da bist, nicht sagen kannst, warum du das gleiche Parteiprogramm hast, weil du eigentlich überhaupt nicht sagen kannst, was zur Hölle du machst, warum sollen dann irgendwelche Rechten zu sagen, jetzt ist mir Umweltschutz plötzlich wichtig, ja, also, keine Antwort, also alles, was der in diesem Interview macht, ist, irgendwie aggressiv dagegen zu gehen, um bloß keine einzige Frage beantworten zu müssen. Ich kandidiere nicht gegen jemanden, ich kandidiere für das Europäische Parlament, das ist immer ein bisschen schwierig, offenbar den Parlamentarismus in Österreich zu begreifen. Da lacht Wolf sogar noch, also dann noch so Sarkasmus und diese Aggressivität reinzubekommen, Wolf hat Politikwissenschaften studiert, Wolf hat mehrere Auszeichnungen im Journalismus, weil er eben in der Politik so gut ist, äh, ich glaub, das kriegt er selber hin, also, äh, Fockenhoher will wieder mal von der Frage ablenken und irgendwann sagt dann Wolf auch, ja, das hat mir schon, und Fockenhoher sagt, was hat mir schon, naja, quasi, dass sie noch nicht eine Frage beantwortet haben, also das Interview, hey, wenn ihr das durchstellt, für mich ist das teilweise echt fremdschämend, wie sich Fockenhoher hier aufführt, aber man kann sich das auch mal in voller Länge ansehen. Es kandidieren auch die Grünen, was unterscheidet sie inhaltlich von den Grünen? Nein, das mussten Ihnen die Grünen beantworten, die noch immer auf einem europäischen Parteiprogramm kandidieren, das ich geschrieben habe. Können Sie sich ja wählen. Jetzt sind wir schon einen Riesenschritt weiter. Wir sind immer noch bei der zweiten Frage. Warum, warum treten Sie ja mit dem gleichen Parteiprogramm an? Und dann sagt er, da müssen Sie die Grünen fragen. Äh, nein, Sie sind hier, um befragt zu werden. Sagen Sie irgendwas dazu. Und natürlich muss nicht die große Partei fragen, sondern den kleinen, warum man dieses Programm übernommen hat. Jetzt, warum ist Fockenhoher zurück? Jetzt verbinden wir nur die zwei Fragen, weil mehr haben wir nicht. Warum ist er zurück? Weil die Grünen nicht mehr sind, wer sie sind. Und warum nimmt er die gleichen Ziele, weil er die damals geschrieben hat und die noch immer so haben? Dann musst du dir doch gegen den Kopf schlagen, wenn es eh dasselbe ist, dann wähl die, dann bleib bei denen, dann unterstützt die. Und wenn es nicht dasselbe ist, dann musst du ein anderes Programm haben. Du kannst doch nicht sagen, ich bin weggegangen, weil die anders sind und nehme die exakt gleichen Ziele, weil die noch immer dieselben sind. Also was zur Hölle jetzt? Was soll ich denn mit diesen Informationen machen, um zu entscheiden, dass ich den wähle? Also ich habe noch keine Informationen bekommen. Also die Grünen haben irgendwie den Kurs geändert, sagt er, aber offensichtlich immer noch die gleichen Ziele. Ich habe sie trotzdem eingeladen, an dieser Plattform teilzunehmen. Im Übrigen würde das vielleicht ihr Überleben sichern. Es würde ihnen vielleicht die Mandate zurückbringen, die sie jetzt verlieren. Es hätte ja auch anders sein können. Sie hätten ja theoretisch auch die Grünen unterstützen können, ja nicht die Grünen auffordern, sie zu unterstützen. Wie er sich hier bei der Frage schon genervt wegwendet oder bei dem, was Wolf hier sagt. Aber das musst du dir mal geben. Nein, die könnten ja zu mir kommen. Also ich habe denen ein Angebot, mich zu unterstützen. Ein Typ, der seit 9 Jahren weg war, dessen Gesicht keiner mehr kennt. In der Politik ist es nicht so, wenn du irgendwo mal bei den Grünen warst, dass sich dann die Leute 100 Jahre kennen. Ist ja Quatsch. Er hat ihnen ja auch keiner gewählt. Jetzt tritt er auf. Ohne Partei. Er geht da einfach zu jetzt dazu. Die haben die Grünen rausgeworfen. Jetzt sollen die mit dem zusammengehen. Wie soll das funktionieren? Oder die sollen ihn jetzt als Kandidat nehmen und hier betteln und wiederkommen. Jemand, der kein Alleinstellungsmerkmal hat. Das ist ja der Tod der Partei. Wie arrogant kann man sein, dass ich sage, ich habe eine Partei verlassen, komm nach 9 Jahren wieder und biete denen an, sie können mich jetzt wieder pushen. Welche Partei kann denn das irgendwie vertreten? Weil da fragt ja jeder, warum treten sie denn mit dem an? Außerdem kann er keine Frage beantworten. Also Pilz hat vorher gerade die Grünen aus dem Parlament geworfen. Und auch wenn wir hier immer noch bei der Zeitenfrage sind, zu so etwas erwarte ich mir beim Politiker eine Stellungsnahme. Es könnte sein, oder sie wollen die anderen rauswerfen. Was glauben sie, was denn das für einen Sinn macht? Weil alles, was hier passiert, ist die Wähler zu spalten und mehr Einfluss wegzunehmen. Das heißt, wenn wir dieselben Ziele haben, dann ist es einfach unglaublich, Entschuldigung das Wort, aber in meiner Wahrnehmung dämlich, zu sagen, wir zerreißen noch das Wenige, was wir haben. Jetzt achten ohnehin nicht allzu viele auf den Umweltschutz und dass Migration funktioniert und weiß Gott was. Und jetzt versuche ich hier noch die wenigen Wähler aufzureißen. Also dazu erwarte ich mir doch als mindestens eine sinnvolle, eigentlich emotionale Stellungnahme, warum ich das mache. Ich habe bei meiner letzten Wahl das beste bundesweite Ergebnis der Können mit 12,9% eingefahren. Gut, Ulrich Lunecek hatte fünf Jahre später noch ein Besseres. Ja, aber warum sagen Sie das jetzt? Das lasst mich schlecht ausstehen. Also der hat wirklich mit seiner Wahl aufgehört, in der Politik weiter zu leben. Also der glaubt wirklich, es ist der Tag, an dem er ausgetreten ist. Und natürlich blöd, der Name Wolf sagt, nein, nein, nicht so. Ja, aber musst du sie das jetzt unbedingt sagen? Also das ist doch peinlich, das ist doch richtig, richtig peinlich, wenn ich als gestandener Politiker so zurückkehre. Jetzt waren Sie ja dazwischen mal politisch aktiv. Sie waren 2013 Initiator und Galionsfüger eines Volksbegehrens Demokratie Jetzt. Das hat nicht ganz 70.000 Stimmen bekommen, war das zweiterfolgloseste Volksbegehren in der Geschichte der Zweiten Republik. Warum sollten Sie jetzt erfolgreicher sein? Sie können auch meine Erfolge aufzählen. Die zählen Sie ja selber auf. Nein, nein, die zählen Sie nicht auf. Also, das ist wirklich, wirklich schon fremdstehend. Ja, also der hat es dazwischen irgendwann probiert. Es hat nicht funktioniert. Dann ist ein Cut, ja. Dazwischen sagt, da gibt er das durchaus zu. Ja, da ist er so ein bisschen demütig. Das wäre schön, wenn er das mehr wäre. Aber er sagt einmal, okay, hat nicht funktioniert. Aber dann dachte ich mir, jetzt wird er ein bisschen lockerer. Und dann kommt wieder, Sie könnten meine Erfolge aufzählen. Ich meine, ist der irgendwo dagegen gelaufen oder was? Am Anfang kommt ein Bericht, wie toll er ist. Ja, und der Bericht sagt auch genug aus für das, was er dann hier abliefert. Und was hat er gedacht? Ja, dass er da hinkommt und Wolf sagt, danke, dass Sie zurück sind. Mein Leben hat wieder einen Sinn. Vielen Dank, dass wir Sie unsympathischen, aggressiven Menschen, arroganten Menschen wählen dürfen oder was? Das ist doch nicht sein Ernst. Ja, warum soll der seine Erfolge aufzählen? Er tut ihm nichts anderes, als zwei Fragen dann nur auszuweichen und zu sagen, wie toll er nicht eigentlich ist, was für ein Ergebnis nicht eingefahren hat, was er nicht alles durchgebracht hat und so weiter. Und dass er die Liste geschwingt hat. Oh mein Gott, also das Volk hat doch irgendwie ein Recht auf Informationen. Ich meine, wir sollen ihn wählen, dann kann er doch auch irgendwas dazu sagen. Das ganze Interview endet noch mit Fragen über Russland und über die Grimm. Okay, geschenkt. Es wird nicht weniger arrogant, aber zumindest ist das eine neutrale Frage. Und da sieht man schon, dass armen Wolf wirklich versucht, so halbwegs mit etwas auszusteigen, was jetzt nicht so aggressiv ist bei so einem Interview. Die Arroganz ging während der Wahl wirklich weiter. Selbes Programm. Ich kenne das Programm der anderen nicht. Okay, dann solltest du vielleicht kein Politiker sein. Die haben dasselbe Programm. Also da ist er immer wieder diese gleiche Schiene gefahren, obwohl ich nicht glaube, er hat da irgendein Konzept. Es wurde im Druck gnostiziert, dass er einfach katastrophal durchfallen wird. Und das sind Statistiken, da tut sich nicht mehr viel. Und er meinte dann so, wie können sie das nur sagen? Ja, ist blöd, weil dann sagen, also wenn man so niedrig ist, dann sagen gewisse Wähler, dann versuche ich es erst gar nicht. Man hat immer hier zwei Punkte, wo man sagt, naja, wenn du mehr stimmen willst, dann sagst du den Leuten immer so, du, das geht sich wahrscheinlich nicht aus, wenn du knapp dran bist. Dann glauben viele, naja, dass du es doch noch schaffst, wenn du knapp dran bist, wählen wir dich. Und so kriegen wir dann mehr Prozent. Wenn du aber so niedrig bist und überhaupt nicht, dass du gar nicht reinkommst, dann sagen wieder viele, naja, dann wählen wir den gar nicht, weil das macht keinen Sinn, wenn wir den wählen, weil da sind unsere Stimmen weg. Dann kriegen wir es lieber der, wo wir sagen, die kann damit anfangen. Es war natürlich sauer, dass das die Leute so prognostizieren, aber ja, es war ja auch so. Also was erwartet sie sich beim Interview, dass ihm alle sagen, wie toll es ist. Ich glaube, der Typ hat wirklich, der hätte es lassen sollen. Und er sagt auch im letzten Interview, und da ist er endlich, er gesteht die Niederlage ein, dass er endlich ein bisschen demütig hätte, dass er den ganzen Wahlkampf gemacht, glaube ich, wäre es besser ausgegangen. Und da sagt er dann so, okay, das war es, das war es mit seiner politischen Karriere, das gibt er selber zu. Jetzt hoffen wir mal, dass es so bleibt oder sollte er zurückkommen, dass er wenigstens weiß, warum. Liebe Sturmtrotzer, wenn ihr so lustige politische Beispiele kennt, einfach ab in die Kommentare oder irgendwas darüber zu sagen habt. Ansonsten segeln wir Strafverhalten und auf zu Moritzau.